Herzlich Willkommen meine Willen Clipro Freunde, hier ist Oyamon. Danke fürs Einschauen und Vorbeischauen. Falls ich ein bisschen rötlich ausschaue, ich bin aus meinem Kurzurlaub natürlich zurückgekehrt und ich war halt fast nonstop beim Angeln und auf dem Steg. Da kann es auf jeden Fall mal passieren, aber merkt euch, auch wenn es bewölkt ist und nicht mal eine Sonne zu sehen ist, kann man auch ein bisschen Sonne abbekommen und dementsprechend auch ein bisschen Sonnenbrand. Habe ich zumindest noch nicht gewusst, aber okay, gut, passiert einfach mal halb so schlimm, solange wir uns hier nicht am Markt verbrennen. Was ist so passiert rund um den Cryptospace und natürlich allen voran XRP und Ripple, das erfahrt ihr hier natürlich auf diesem Channel und zwar wöchentlich zwei bis drei Mal, von daher abonnieren und Like nicht vergessen und kommentiert Freunde, ich brauche Input, ich brauche euren Input, euren Informationsinput, was ihr da draußen so denkt, damit ich hier auch verifizieren kann und natürlich die Glocke nicht vergessen, damit ihr wirklich aktuell bleibt und alles weiter findet ihr natürlich unten in der Beschreibung an nützlichen Links, ihr wisst natürlich Bescheid. Also let's go, rein hier. Rein hier ins Geschehen sage ich mal und was sehen wir? Überwiegend grüne Zahlen und hier Waves und Axie Infinity und ADA, hier die Vorreiter sage ich jetzt mal und Luna Classic natürlich im Minus. Zu Luna und Luna 2.0 komme ich am Ende des Videos. Freunde, ein bisschen ausführlicher und wirklich Klartext. Meine Gedanken zu Luna 2.0 hört es euch auf jeden Fall an und bleibt auch dran. Was sehen wir? Dementsprechend Bitcoin hat endlich mal wieder die 30.000er Marke geknackt und ist auch über 31.000 sogar schon. Also die Waldfee Ethereum lässt ein bisschen nach, hätte nämlich auch die 2000er locker durchbrechen müssen, aber es ist wie es ist und allgemein die Altcoins natürlich auch teilweise richtig gut im Plus. XRP zum Beispiel habe ich bei 0,37 Cent übers Wochenende, glaube ich war das, nachgekauft. Also da auch nochmal richtig gut was mitgenommen. So macht das Investieren natürlich Spaß. Meine Freunde, Solana auch wieder 46, Polkadot 10, 0,08 bei Tron. Also allgemein sind wir wirklich immer noch locker in den Kaufzonen. Dementsprechend schauen wir uns hier auch auf CoinGecko um. Marktkapitalisierung bei 1,37 Billionen, also 2,9 Prozent nach oben. Somit die gute Kaufzone Aussage auf jeden Fall berechtigt. Wie gesagt, wenn wir uns allgemein die Preise anschauen. Die BTC Dominanz dementsprechend auch auf 44 Prozent hochgesaust und ETH von 19, 18 Prozent auf 17 Prozent. Heißt natürlich auch, dass die Altcoins auch im Kommen sind und das schauen wir uns auch hier an. Die USDC Dominanz bricht ab. Das bedeutet, dass Geld von Stablecoins zu Bitcoin und Altcoins zurückfließen und das ist natürlich Bullish. Und diese Bullishität, ich hoffe, das war jetzt so halb deutsch, halb englisch, kann man natürlich dementsprechend auch hier an den Blumenblasen sehen. Da wir ja jetzt im Grünen sind, hier auch nochmal gut zu sehen, der Breakdown, hier auch bei BTC Breakdown, hier und es ist einfach unfassbar, wie oft, wie geil und wie genau einfach die Charts die Vergangenheit sehen, also wie man mit den Charts die Vergangenheit sehen kann und sie auf die Zukunft projizieren kann, Freunde. Ich meine, seht nur diese Abbildung hier, was ich einfach mal sagen kann, also ein Buch ist, hier die Three Peaks, die sehen wir zum Beispiel hier 1, 2, 3 oder hier 1, 2, 3. Dann kommt Basement, also Beer Trap, hier nach unten, hier auch schön nach unten. Dann geht es aufwärts, First Floor, hier auch schön sichtbar und dann halt der Bulltrap, wahrscheinlich hier, also Schultern Patent, glaube ich, nennt man das. Wie gesagt, ich bin natürlich kein Chart-Experte, dennoch sehe ich, was viele Chart-Experten eben sehen und uns natürlich auch hier unter anderem auf Twitter wiedergeben. Dementsprechend würde hier dann auch noch der Plank kommen, wie gesagt, von den Stablecoins und dann auch von Bitcoin und Ethereum geht das Geld dann weg und schichten wir alle in den Altcoins um und sehen dann wahrscheinlich noch den Altcoin Run. Aber okay, hier auch nochmal, Freunde, größer. Und zwar XRP-Wahle kaufen diesen Tipp auf. Machst du das auch? Fragezeichen. Also was sehen wir hier? Die XRP-Wahle sind am Akkumulieren und haben hier dementsprechend einen 2-Monats-High erreicht im Bereich gehaltene Menge. Hier sehen wir natürlich den Anstieg richtig enorm. Von daher wird der Tipp halt wirklich aufgekauft. Wie gesagt, ich habe bei 0,37 Cent nachgekauft. Einfach schön nach unten Dollar-Cost-Average machen. Kann man einfach nichts falsch machen. Oder man wartet halt auf den Kryptowinter und kauft dort ordentlich nochmal nach. Es gibt auf jeden Fall sehr, sehr viele Wege, um hier richtig einzukaufen, gut einzukaufen, viel einzukaufen und dann zu akkumulieren, um seinen Plan hier weiter zu verfolgen zu können. So, Freunde, und was ist hier denn los? Wir kommen jetzt zu eines der Hauptthemen in diesem Video. Und zwar spricht hier der RippleNet Generalmanager Ashes Biller. Wir haben größere Ambitionen als Swift zu ersetzen. Also was will hier unser Ashes Biller uns denn hier nun wieder sagen zur Klage der US-SSEC gegen Ripple Labs? Kommen wir erstmal zu diesem Thema. Ich habe euch nämlich hier 1 zu 1 das Interview ausgesucht als News, damit wir hier mal sehen, was unser Ashes Biller hier wirklich sagen möchte. Und nicht einfach nur eine News, die hier zusammengetragen worden ist, sondern hier können wir natürlich 1 zu 1 sehen, was hier unser Ashes Biller geantwortet hat. Und zur Klage hat er dies geantwortet. Ich denke, die gesamte Krypto-Industrie betrachtet diesen Fall, um Präzedenzfälle zu schaffen. Ich denke also, dass es nicht nur für Ripple wichtig ist. Ich denke, es ist wichtig für die gesamte Krypto-Industrie. Und diese Sätze hört ihr auch schon mehr als ein Jahr lang von mir selber. Es ist einfach so. Diese Klage ist einfach ein Präzedenzfall in Amerika, meine Freunde. Und das müssen auch Bitcoin-Maxis und vielleicht auch andere Altcoin-Hasser einfach anerkennen. Gewinnt die SSEC, ist es schlecht für allgemein Krypto. Gewinnt Ripple, ist es allgemein gut für Krypto. Fertig aus. In Bezug darauf, wie es uns beeinflusst hat, kommen wir von einem Rekordwachstum in unserem Geschäft und in RippleNet. Also es hat laut den Zahlen, laut den Partnerschaften, einfach Ripple und XRP nichts geschadet, meine Freunde. Das haben wir auch schon in unzähligen Videos seit der Klage sehen können und habe euch dies vortragen können. Auch die Zahlen, die natürlich Ripple uns Monat für Monat liefert. Ja, eins der transparentesten Firmen, Blockchain-Firmen überhaupt. Und die Zahlen sind einfach nur richtig geil. Dementsprechend allein für unsere Zahlungsgeschäfte machen wir einen Run-Rate von über 15 Milliarden US-Dollar. Also die Zahlen lügen nicht, die Partnerschaften lügen nicht, Freunde. Da ist eine SEC-Klage in eines der größten und führenden Länder dieser Welt in Amerika auch kein Hals- und Beinbruch, wenn es um Ripple und XRP geht. So einfach ist es. Also denke ich, dass wir als Unternehmen in Bezug auf die Auswirkungen auf uns widerstandsfähig sind. Wir machen das schon lange und diese kleinen Unebenheiten auf der Straße werden uns nicht von unserem Ziel abhalten. Genau so und nicht anders kennen wir Ripple und sein Team. Bis jetzt hat der Richter einen Zeitplan skizziert und frühestens, dass wir etwas in Form eines summarischen Urteils sehen würden, wäre anfangs 2023. Also haben wir einen Zeitplan. Ich denke, das ist eine gute Nachricht. Wieso ist das eine gute Nachricht, Freunde? Weil wir hier sowas noch nicht gehabt haben. Einen Zeitplan, wo wirklich sozusagen das Ende drinsteht. Hier lesen wir weiter im Interview. Zumindest haben wir etwas Klarheit darüber, dass die Dinge 2023 zu Ende gehen würden, zumindest aus ihrer Sicht. Heißt, man lässt hier natürlich noch alles offen. Vielleicht kann es natürlich auch früher passieren. So und jetzt über das Ersetzen von SWIFT. Ich denke, wir haben größere Ambitionen als SWIFT zu ersetzen. Denken Sie also daran, dass es zwei Komponenten gibt, um Geld international zu bewegen. Es gibt eine Messaging-Komponente, aber dann müssen Sie die Gelder tatsächlich verschieben. Das macht SWIFT nicht. SWIFT übernimmt nur die Nachrichtenübermittlung. Also, meine Freunde, das heißt, Ripple mit der XRP-Technologie dahinter macht die Messaging-Komponente und die tatsächliche Bewegung des Geldes und das in Echtzeit. Es übernimmt einfach beide Parteien somit und das innerhalb Sekunden. Aber er erklärt es uns gleich. Was wirklich, wirklich innovativ an Krypto und RippleNet war, ist, dass wir beides tun. Wie von mir jetzt gerade auch erklärt, Messaging-Komponente und die tatsächliche Bewegung der Gelder. Wir haben beides modernisiert. Die Verwendung von SWIFT für die Nachrichtenübermittlung ähnelt dem, was heute mit einem Faxgerät geschieht. Einfach geil. Also modernisieren wir das mit APIs. Es ist Echtzeit. Aber dann machen wir auch die Abrechnung. Es gibt keine andere Lösung da draußen, die beides sofort so macht wie Ripple. Und so ist unsere Lösung jetzt viel größer als das, was SWIFT tut. So, und jetzt kommt's. Ich denke, SWIFT wird es fünf Jahre lang geben. Es dauert lange, sich zu ändern, wie das gesamte Bankensystem. Das müssen wir auch immer vor unserer eigenen Schnauze, möchte ich schon sagen, vorhalten. Das dauert, Freunde. Es ist wirklich ein globales Update im Gange. Wir reden hier von SWIFT. Wir reden hier vom Bankensektor. Wir reden hier über Millionen von Billiarden von Geldern, die hier bewegt werden müssen. Dann kommen hier noch die Änderungen bezüglich Infrastruktur und Mitarbeiter, Fortbildungen etc. Die müssen das Ganze alles eins zu eins können und dementsprechend das dauert, Freunde. Wir sehen es auch bei ISO 222. In einem meiner letzten Videos haben wir uns das auch angeschaut und auch die sind im vollen Umfang erst 2023 März bereit. Das muss dann eins zu eins alles klappen und dementsprechend dauert das Ganze. Und das kostet natürlich auch dementsprechend. Hier auch. Ich meine, die Aufrüstung des Mainframes bei BNI. Melon kostet wahrscheinlich ein paar hundert Millionen Dollar, um das zu modernisieren, damit sie von SWIFT wegkommen können. Ich denke also, dass SWIFT hier bleiben wird. Ja, also das Ganze geht raus an die Non-Believer, an die Hater, weil XRP immer klein bleibt und weil XRP und dessen Preischart einfach nicht in die Höhe schallert, wie es damals 2017, 2018 der Fall war. Meine Güte, dann kauft halt nicht ein, dann wartet nicht, dann macht eure Prozente, eure Mini-Prozente woanders. Aber stört uns halt nicht hier mit XRP, bleibt klein. Jetzt könnte ich auch den ganzen Tag über andere Kryptos schreiben. Ja, also okay. Ich denke, die innovativsten Unternehmen von heute werden sich von SWIFT verabschieden und moderne Technologien wie Krypto und das, was wir bei RippleNet aufbauen, verwenden. Und das ist es, was uns wirklich beim Wachstum hilft. Es gibt wirklich keine andere Alternative zu SWIFT, die umfassend ist und mehr leistet als die, die wir auf Krypto aufgebaut haben. Ich bin also gespannt, was auf uns zukommt. Freunde, das bin ich auch auf jeden Fall. Es ist einfach richtig brutal, was hier im Gange ist. Aber, wie gesagt, ich bin kein Prophet oder Heiliger, der andere bekehren muss. Ich bin nicht eure Mutti, ich bin nicht euer Vati, der sagt, in was ihr investieren sollt oder ihr wirklich als Investor die ganze Sache angehen sollt. Es ist hier auch keine Anlagenberatung. Jeder in diesem Space müsste eigentlich schon erwachsen sein und dementsprechend selber die Sachen angehen. Also gehen wir hier in die nächste Sache. Brad Garinghouse sagt, NFTs seien unterbewertet. Sieht neue Anwendungsfälle. Cointelegraph Interview. Ich habe euch natürlich auch schon mal gesagt, dass ich auch NFTs anders sehe. Also nicht in Form von Affenbilder und weiß der Geier, welche Bilder, sondern einfach Verträge, Verkaufverträge, Immobilien etc., Autokäufe. Alles in Form NFTs gespeichert auf einer Blockchain. So sehe ich die Zukunft und so ähnlich sieht es wahrscheinlich auch unser Brad. Also der CEO von Ripple reflektierte die Präsenz von Krypto beim Weltwirtschaftsforum und die aufkommende Anwendungsfälle für digitale Assets. Ja, auch hier nochmal. Nur der CEO von Ripple war in Form des Crypto Spaces eingeladen im Weltwirtschaftsforum. Also bei der WIF. Ja, auch nicht zu vergessen oder zu vernachlässigen. Also, Garinghouse bemerkte auf dem internationalen Gipfel das zunehmende Profil der Kryptowährung und verglich sein Erfahrungen der letzten Jahre. Soweit Führungskräfte auf der ganzen Welt erfahren, wie diese Technologie tatsächlich ihren Wählern und ihren Volkswirtschaften nützen können, werden sie sie nutzen. Logischerweise. Ich denke, wir sehen das jeden Tag, sagt Garinghouse. Er fuhr fort, dass nicht funkelige Token, also NFTs, unterbewertet sind. Obwohl es in Teilen der NFT-Marktes offensichtlich für Hype gibt. Die Tokenisierung verschiedener Assets wird unterschätzt. Richtig, richtig und abermals richtig. Kryptowährung wird 2022 einige echte Anwendungsfälle haben, fuhr Garinghouse fort. Grenzenüberschreitende Transaktionen sind ein solches Beispiel, an dem Ripple arbeitet. Natürlich hier auch Werbung machen. Derzeit seien grenzüberschreitende Transaktionen normalerweise ziemlich langsam, ziemlich teuer und ehrlich gesagt sehr fehleranfällig. Während die XRP-Kette eine sehr effiziente, kostengünstige Brücke gewesen sei, sagte er. Brett, dem ist nichts hinzuzufügen. Ich glaube nicht, dass wir in einer Single-Chain-Welt leben, sagte Garinghouse. Es ist eine Multi-Chain-Welt. Es wird viele verschiedene Utility-Use-Cases geben. Ripple werde sich weiterhin auf Unternehmen konzentrieren, aber andere Kryptowährungsstiftungen befassen sich auch mit Anwendungsfällen für Verbraucher, erklärte er. Ja, also Ripple natürlich hier auf Unternehmensebene, auf Bankenebene, was sie eben verfolgen. Sie möchten hier wirklich das große Ding werden, das große revolutionäre Ding werden und hier sind sie wirklich eben seit Jahren auf dem richtigen Weg, Freunde. Okay, und jetzt komme ich zum zweiten Hauptthema dieses Videos, zu Terra Luna 2.0, meine Freunde. Und hier ein kleiner Seitenhieb an ein paar Börsen, hier von unserem ProCoin News, hat getwittert, aber XRP ist zu gefährlich, um es aufzulisten? Fragezeichen, wirklich Leute, kauft das noch jemand? Fragezeichen, ja, XRP wegen der Klage etc. natürlich als gefährlich oder Fragezeichen eingestuft, aber Luna 2.0, hier, nimmt es Volk, nimmt es in Schokolade eingedipptes Hasenkacke, nenne ich es. Ja, sieht nach Pralinen aus, aber man beißt rein und hoppla, doch keine Praline, also Freunde, 2009 verlor Bernie Madoff Investorengeld von 60 Milliarden Dollar, hier links zu sehen. Es wurde zu 150 Jahren Gefängnis verurteilt, also er wurde zu 150 Jahren Gefängnis verurteilt und was macht unser Do Kwon im Jahr 2022, weil war Do Kwon Investorengeld in Höhe von 60 Milliarden Dollar, nachdem Luna auf 0 Dollar zusammengebrochen war? Dann schuf er Luna 2.0, also Freunde, ihr seht es, ihr hört es, ihr wisst es wahrscheinlich selber, aber die Gier frisst einfach oft das Hirn vom Menschen, ja. Die Sucht nach dem großen Geld, und zwar nach dem schnellen großen Geld, ist einfach oft eine große Macht in unseren Handlungen, also während die neue Luna Rekord gewinnen, wird Do Kwon's Terraform Labs von Kontroversen und Anschuldigungen geplagt. Welch ein Wunder, welch ein Wunder, Freunde, die Links seht ihr natürlich auch unten in der Beschreibung, also die Quellen. Erst kürzlich hat Fatman einen weiteren Tweet veröffentlicht, in dem es um ein mit Terra in Verbindung stehende Organisation namens Firma K geht. Fatman behauptet, dass Firma K eine Blockchain-Beratungsfirma war, die sie gegründet haben, um Geld zu waschen und Steuern zu hinterziehen. Hm, okay, das sieht ja mal super aus. Da kaufe ich doch sehr gerne Luna 2.0. Über Unternehmen K wurde auch von der südkoreanischen Lokal-Nachrichtenagentur KBS berichtet. Mitarbeiter von Firma K hatten große Überschneidungen mit Mitarbeitern von Terra und teilten sich oft dieselbe Räume, schrieb Fatman auf Twitter. Beide wurden 2018 gegründet. Die meisten Mitarbeiter von Firma K waren direkt Terra-Entwickler. Der CEO von Firma K, Mo Kim, bestritt vehement jegliche größere Zugehörigkeit. Fatman fügte hinzu. Warum ist das interessant? Nun, Koreas Steuerbehörden berichteten, dass Terra letztes Jahr 6 Milliarden Won, also 4,8 Millionen Dollar, an den CEO von Firma K überwiesen hat. Dies wurde in den Büchern als sonstige Ausgaben ausgewiesen. Ja Freunde, meinetwegen konnte ich auch so 6 Milliarden Won als sonstige Ausgabe, könnte mir gerne über Paypal senden. Ja, also ich nehme es auch gerne an, solche sonstigen Überweisungen. Also Freunde, ihr seht und hört wirklich, hier kann was nicht stimmen. Und was macht unser CEO von Terra? Er kundet Kwon jetzt mit Terra 2.0 dezentrale Stablecoins, Freizeichen. Also ich habe mich schon mal in die Hose mit Pist verlachen, aber okay. Also vor kurzem wurde ans Licht gebracht, dass Kwon an einer weiteren Stablecoin arbeitet. Terra 2.0 brachte eine Reihe von Änderungen mit sich. TFL schien nichts von seiner vorherigen Kette zu wollen. Infolgedessen betonte es die Tatsache, dass Terra 2.0 nicht wirklich ein Fork war, da es keine Geschichte mit der ursprünglichen Kette teilte. Daher war seine berüchtigte algorithmische Stablecoin Terra USD, also UST, kein Teil der neuen Kette. Unmittelbar nachdem dies bekannt gegeben wurde, war die Gemeinde froh, dass die Firma ihre Lektion gelernt hatte. Ja, Pustekuchen. Aber jetzt scheint es, als wäre Kwon wieder dabei gewesen. Nur dieses Mal entwarf er Berichten zufolge eine dezentrale Stablecoin. Na okay, also eine verifizierte Quelle enthüllte, dass Kwon dabei war, Pläne für eine brandneue dezentrale Stablecoin zu entwerfen, die auf Terra 2.0 aufbauen würde. Also ich weiß nicht, wie lange hier unser Kwon machen und lassen darf, was er will und hier neue Projekte launchen darf. Aber ich sage es euch wirklich, passt auf. Community war sicherlich nicht erfreut über diese Nachricht. Eine Reihe von ihnen war überrascht von der Tatsache, dass TfL erneut versuchte, eine Stablecoin herauszubringen. Einige von ihnen schienen jedoch offen für die Idee zu sein, ob die Stablecoin vollständig besichert wäre. Ja, also Fragezeichen über Fragezeichen, Freunde. Also nochmal zusammengefasst, Freunde, egal ob es jetzt um XRP geht, egal ob es jetzt um Luna geht, egal ob es um Bitcoin geht, ich bin nicht euer Mami, ich bin nicht euer Papi, ich bin keiner, kein Gesandter, der jeden bekehren muss. Ich bin einfach nur ein YouTuber, einfach nur ein Investor, der natürlich das erreichen möchte, was viele von uns erreichen möchten, nämlich die eigene Kaufkraft zu erhöhen, sein Geld zu vermehren, seine Cryptos zu vermehren, um einfach leichter leben zu können, sicherer zu leben zu können und vielleicht in ein paar Jahren schon in Rente gehen zu können. Also von daher einfach selber Research machen, was ich immer euch ans Herz lege, einfach selber Research machen, denn dann bleibt ihr auch mental stark und wisst einfach, was ihr in eurem Portfolio hält und wieso ihr da hinein investiert. Also meine Freunde, vielen Dank fürs Vorbeischauen und wir sehen uns natürlich auch hoffentlich in meinen Livestreams und auch im nächsten Video. Also ciao, ciao, Investor Group, meine Freunde. Peace, euer Avon.